hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von planet coaster hier haben wir glaube ich erstmal fertig gestaltet weil bevor ich den bereich gestalte warte ich mal ab was da noch an attraktionen was wir da noch hin machen schauen wir mal wie es hier weiter gehen könnte für hier hätte ich eine idee dazu müssen wir mal die räume erstmal weg machen auch mal weg der terrain so was machen wir hier mal sowas hin das sind nicht scenery war jetzt ok dann müssen wir noch etwas vergrößern hoppla verkleinern können wir noch einmal noch das war jetzt ein denkfehler das muss erstmal alles weg der terrain wir gehen nach unten hier das ist das ist hoppla Nächster Versuch. Da ist sie. Genau. Äh, Place Entrance. Der kommt natürlich dorthin. Dann der Exit, der kommt natürlich dorthin. Und jetzt kommt unser Torain wieder zum Tragen. Da machen wir jetzt links noch unser Wasser rein. Jetzt wird es mal ein etwas größerer See. Aber wo kann man einen Schiffschockel besser positionieren als in einem See? Dann machen wir hier mal ein bisschen. Hoppla. Das machen wir ein bisschen großflächiger einfach aus dem Grund, dass wir dann hier auch noch mit den... ...und ein bisschen tiefer gehen können, ohne immer gleich nacharbeiten zu müssen. Klong, klong, klong. Da müssen wir jetzt dann gleich auch noch überall etwas tiefer. Klong, klong, klong. Klong, 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 klong. Dann... Dann... ...und... ...terrain. Das gibt hier eine schöne steile Felsrand. Jetzt brauchen wir noch den Weg. Pass. Äh... Pass. ... Da ist noch ein kleiner Wack, aber den bessern wir mal. Was machen wir jetzt optisch aus? Pass. Ticketboost. So rum ist besser. Dann stellen wir die hier hin. Die zwei Bäume müssen dreimal weg. 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 Das ist der Fall. So. Äh. Ich muss gerade mal schauen. Ich muss gerade mal schauen. Würde ich hier gerne. Genau. Ne, das sieht komisch aus. Genau, so war das. So ist besser. Und öffnen. Äh, Sinaui. Äh, was suche ich eigentlich? Die Stege, genau. Die waren, die haben Bildings. Wo liegt was? Ah, ja. So machen wir den hier hin. Und dann... Und dann... Da ist alles schön abgesichert. Äh, Sinaui. Hier können wir noch ein Boot an... ...ans Ufer legen. Und dann... ...und... 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 Oder machen wir da auch einen Steg. Da machen wir auch noch einen Steg hin. Aber den kürzeren hier. Ja, das können wir so. Das müssen wir fertigstellen. Dann können wir da noch ein wenig einheben. Oder ab. 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 Er gehört da hin. Ach so, das Ganze ist natürlich... So sieht es ja deutlich besser aus. Das darf schon ein wenig stärker. So sieht es ja aus. 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 Und das machen wir natürlich auch felsig. Dann haben wir hier nur, äh, das ist natürlich schade, dass gerade die dort nicht hin passen. So riesigen Bewuchs hätte ich da eigentlich eher ungern. Decorations. Decorations. Eine Lampe. Ach genau, hier wollte ich ja noch das Boot hinmachen. Ganz vergessen. Wo bist du denn da? Hm, da kann man glaube ich mal ein bisschen so. Besser. Ich hoffe mal, dass die Lampen am nächsten Update nicht schon wieder. Einfach kippen. Äh, das habe ich gesucht. Ah, der passt da hin. Ah, der passt so gut dort hin. Ah, der passt so gut. Da sieht der wieder mal besser aus. Ah, der passt so gut. Ah, der passt so gut. Ja, das ist gut. Jetzt wollen wir da kommen. Die können wir jetzt ja auch schön drehen, das ist sehr gut. Der darf da natürlich nirgends hin. Da wäre der sehr schön, aber der passt nicht, oder der darf nicht. Oh, der ist freitschwebend. Das geht natürlich nicht. Links. Die müssen wir auch auf den Boden der Tatsachen stellen. Das geht nicht. 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 Und so? Ah. Da kann noch eine hin. Bevor wir das da freischwehen machen. Der Schlepp ist die Zeit. Der Schlepp ist die Zeit. Die Zeit der Schlepp ist die Zeit. Das war die Zeit. Die Zeit der Schlepp ist sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Im Terra kann man so ganz nicht auf die Felsen hier verzichten. Soooo... Two pasten ist so gut. Soooo... Damit würde ich sagen, ist die heutige Folge beendet. Dann machen wir uns morgen nochmal ein bisschen an diese Gestaltung, an die Gestaltung hier. Aber für heute sind wir hier erstmal fertig. Ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen.